Willkommen von Wolfsgrund. Wir lassen die Katze aus dem Sack. Mein Buch ist fertig, also mein erstes veröffentlichtes Buch ist fertig und ihr findet es bereits auf Amazon. Ich habe auf meiner Homepage www.leiche.art ein Feedbackformular gemacht. Ihr könnt euch die Leseprobe durchlesen und dann dort ein Feedback geben oder ihr kauft euch das Buch und gebt mir dann ein Feedback. Das würde mich sehr freuen. Ich schreibe mittlerweile schon an einer Quasi-Fortsetzung und an einem zweiten Buch parallel. Die werden aber wahrscheinlich erst nach dem Jahreswechsel rauskommen. Also die werden ganz sicher erst nach dem Jahreswechsel rauskommen. In diesem Sinne, bis die Tage.